Ein dramatisches Jahr 2017 liegt hinter uns. In Rundfunk und Fernsehen gibt es jede Menge Jahresrückblicke aus der Sicht des Mainstream-Journalismus. Dies haben der Moderator Hagen Grell und der Journalist Gerhard Wisniewski zum Anlass genommen, in einem ausführlichen Gespräch auf das Jahr 2017 zurückzuschauen. Was waren die wirklich wichtigen Ereignisse und Personen? Wie ist dieses Jahr überhaupt einzuschätzen? Und natürlich, wo geht die Reise möglicherweise hin? Hagen Grell ist ein ausgebildeter Medieninformatiker aus Leipzig. Im Jahr 2014 erkannte er, dass die NATO nicht den Frieden für die Welt möchte, die EU nicht das wirtschaftliche Gedeihen Europas anstrebt und die Bundesregierung nicht die Interessen der Deutschen vertritt. Seither arbeitet er unermüdlich auf YouTube und füllt die Lücken, die die Leitmedien seit Jahren vernachlässigen. Seine Videos verzeichnen bis zu mehreren Hunderttausenden Aufrufe und er führte Interviews mit über 70 Persönlichkeiten. Seine größten Anliegen sind die Meinungsfreiheit, die Wahrheit und die Selbstbestimmung der Deutschen. Gerhard Wisniewski ist ein deutscher Buch- und Filmautor. Wisniewski wurde Anfang der 1990er Jahre als freier WDR-Mitarbeiter mit seinen Thesen bekannt, hinter der linksextremistischen terroristischen Vereinigung RAF stehen Geheimdienste. Er war Autor des Films Aktenzeichen 11.9. Ungelöst, der am 20. Juni 2003 im WDR ausgestrahlt wurde. Dieser Film von Willi Brunner und Gerhard Wisniewski war die weltweit erste hinterfragende und kritische Dokumentation zu den Ereignissen zum 11. September 2001. Daraufhin kündigte der WDR den beiden langjährigen Mitarbeitern die Zusammenarbeit. Der Film Aktenzeichen 11.9. Ungelöst verschwand aus dem Medienarchiv des WDR. Im gut anderthalbstündigen Gespräch, das Hagen Grell mit Gerhard Wisniewski führte, werden die großen Trends des Jahres 2017 erläutert. Aber auch, welche Trends im Jahr 2018 auf uns zukommen. Dabei zeige sich ein ganz großer Megatrend, der hinter allem stehe. Wisniewski spricht von einem satanistischen Plan oder von einer Diktatur, weil es darum gehe, menschliches Leben zu zerstören. Grenzen als Strukturmerkmal der menschlichen Gesellschaft sowie allen menschlichen Lebens werden gezielt vernichtet. Nationale, finanzielle, wirtschaftliche, biologische und soziale Grenzen. Leben zeichnet sich durch seine natürliche Fähigkeit zur Organisation aus. Wenn eine Organisation ihre Strukturmerkmale, wie zum Beispiel Grenzen, weggenommen werden, dann werde das Leben selber vernichtet. Ohne Grenzen gäbe es kein Leben, so Wisniewski. Zu guter Letzt führt Wisniewski einige Tipps für 2018 auf, was jeder im Kleinen tun kann. Sehen Sie nun, liebe Zuschauer, als Gegenstimme zu den Jahresrückblicken etablierter Medien die Ausführungen von Gerhard Wisniewski. Falten Jochen und Gerhard Wisniewski in fünf Minuten des Jahresrückblieben In 5 Minuten des Jahresrückblieben Süzenünüz mio doctor